Der Kapitän darf aber erst als letztes von seinem Schiff gehen. Wie fasst das Ding ohne Handschuhe nicht an? Also ich habe hier zwei Rotmasche gefangen. Aha, na die sehen aber... Ich habe hier nichts gefangen, aber... Scheiße, jetzt haben wir Butt im Bierteig. Ist da noch eins? Was? Ist da noch ein Bier? Schatz. Was? Ich kaufe von einmal nicht auf, das war jetzt aber nicht schaumig gut. Nein? Das war echt. War echt? Ich bin fast echt gut hingefallen. Rotbarsch 2, die zweite Kamera läuft hier in Norwegen auf Rovak. Ich halte das an. Normal. Wir können ja nicht jedes Mal Hallo sagen, bei jedem neuen Bild. Wir sind hier jetzt... Wir müssen hier jetzt nochmal die Schnur... Wir sind hier jetzt auf der See und... Ja, wir haben hier jetzt einen dicken Rotbarsch gefangen. Wir können das ja, das Gute ist ja, wir können das ja so oft machen wie es geht. Ja. Ja, wann kann man den denn essen, du? Mh... Ja, glaube ich... Dann müssen wir Opa Frank fragen. Ja. Was fandest du denn deine... Na? Hat es Spaß gemacht? Ja. 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 So, die Verkehrshinweise. Und schon insgesamt unser sechster Butt. Ja. 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 Womit feiern wir? Womit stoßen wir denn an? Was? Womit stößt du an heute? Mit Sekt? Mit Orangensaft? Ja, mit Orangensaft stoßen wir an. Ich schoße mit kalten Tee an dir. Prost. Prost. Cool. Vielleicht wollten wir heute... Wollten wir ja noch einen zweiten Butt fangen. Ähm... Ja... Wir wollten jetzt noch einen Butt fangen. Und wir haben den Butt auch gerade. Ganz in der Nähe vom Hafen gefangen. Da hinten seht ihr schon die Lachsform und so. Die Hafeneinfahrt. Ja, und jetzt wollen wir noch einen fangen. Aber danach ist Schluss mit Butt. Haha. Danach wird Scholle und Steinbeißer da. Halt. Ja. 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 totally. Ja.